Hallo und herzlich willkommen zur Lehrfilmreihe über Glühverfahren. In diesem Video erläutern wir das Grobkonglühen. Sicherlich hast du die Einführung schon angeschaut und weißt, dass Glühverfahren zu den Wärmebehandlungsmethoden zählen, die ein gleichgewichtsnahes Gefüge erzielen sollen. Hierzu wird das Werkstück hochgewärmt, durchgewärmt und gehalten, bis auch der Kern die gewünschte Glühtemperatur erreicht hat und sich das Gefüge wie gewünscht geändert hat. Anschließend wird langsam, meist im Ofen, abgekühlt. Beim Grobkonglühen wird das Werkstück deutlich oberhalb der AC3- oder GS-Linie im Eisenkohlenstoffdiagramm im Austenitgebiet geglüht und anschließend langsam abgekühlt. Die Glühtemperatur richtet sich nach der Zusammensetzung der Werkstoffe. Bei Stahl nach dem Kohlenstoffgehalt. Das Grobkonglühen ist ein werkstoffunabhängiges Verfahren und kann somit nicht nur für Stähle, sondern für alle Werkstoffe angewendet werden. Es dient zur Einstellung eines möglichst grobkörnigen Gefüges, das günstige Bearbeitungseigenschaften für die spanende Bearbeitung liefert. Normalerweise ist ein Grobkonggefüge als Gebrauchseigenschaft eines Werkstücks unerwünscht. Beim Grobkonglühen geht es jetzt aber darum, die Verarbeitungseigenschaften für die spanende Bearbeitung zu optimieren. Stähle mit geringem Kohlenstoffgehalten haben eine niedrige Festigkeit und hohe Duktilität bzw. Zähigkeit. Das heißt, sie neigen bei der spanenden Bearbeitung dazu, zu schmieren und einen unerwünschten langen Span zu erzeugen. Um einen möglichst kurzen und bröckligen Span zu erzeugen, sollte das Gefüge möglichst nicht duktil, sondern spröde sein. Dies wird mit einem grobkörnigen Gefüge erreicht. Grobkonggeglüht werden in der Regel unter-eutektoide Stähle, also Stähle mit weniger als 0,8% Kohlenstoff. Oft haben die Stähle aber weniger als 0,5% Kohlenstoff, wie z.B. allgemeine Baustähle oder Einsatzstähle. Beim Grobkonglühen wird das Werkstück, z.B. Stahl, langsam und gleichmäßig auf eine Temperatur ca. 150 Grad Celsius oberhalb der AC3- oder GS-Linie erwärmt und vollständig austenitisiert. Bei einem Stahl, C45 z.B., sind dies ca. 1.000 Grad Celsius. Das Werkstück wird mehrere Stunden lang auf der Glühtemperatur gehalten und dann bis zur Aosthenitumwandlung bei 723 Grad Celsius langsam und darunter zügig abgekühlt. Grobkonggeglühte Werkstücke zeigen eine geringe Festigkeit und Zähigkeit und sind schlecht härtbar. Im Anschluss an das Grobkonglühen und die darauf folgende sparnende Bearbeitung sollte das Gefüge neu eingestellt werden, um ein möglichst feinkörniges und damit festes und gleichzeitig duktiles bzw. zähes Gefüge zu erreichen. In der Regel wird das Werkstück dann normalisiert. Die zweifache Wärmebehandlung und die hohe Glühtemperatur verteuern das Verfahren. Daher wird Grobkonglühen verhältnismäßig selten angewendet. Während des Glühens führen Kornwachstumsprozesse zu einer Vergrößerung der Körner. Hierbei lagern Atome an energetisch günstigen Kristallflächen an. Langsam wachsende Flächen sind stabil, wohingegen schnell wachsende Kristallflächen instabil sind und in der Regel verschwinden. Bei Raumtemperatur hat ein Gefüge mit grobem Korn gegenüber einem Feinkorngefüge schlechtere mechanische Eigenschaften. Die Festigkeit ist bei grobem geringer. Weil die Laufwege von Versetzungen durch den großen Korn-Durchmesser länger sind. Festigkeit bedeutet, dass Versetzungsbewegungen behindert werden, wenn auf ein Werkstück eine Verformungskraft ausgeübt wird. Wenn Versetzungen aber ungehindert weit durch ein Korn hindurch wandern können, ohne von anderen Versetzungen oder Korngrenzen aufgehalten zu werden, sinkt die Festigkeit. Gleichzeitig verringert sich bei grobem Korn die Duktilität beziehungsweise Zähigkeit. Versetzungen können sich nur auf dichtest gepackten Ebenen, den sogenannten Gleitebenen, bewegen. Diese müssen in günstiger Richtung zur angelegten Normalspannung orientiert sein, nämlich in der Regel 45 Grad. Bei grobem Korn ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass die Gleitebenen günstig orientiert sind und Versetzungsbewegungen ermöglichen. Daher ist die plastische Verformbarkeit eingeschränkt und die Duktilität verringert. Das heißt, der gleiche Werkstoff ist mit grobem Gefüge spröder als mit feinem. Somit kann bei spanender Bearbeitung der Spandern wie gewünscht spröde und bröcklig abbrechen. Weiterführende Informationen zu Korngrenzen, Einfluss der Korngröße und Feinkornhärtung erhaltet ihr in folgenden Videos. Zusammenfassung Beim grob Kornglühen wird das Werkstück zum Beispiel Stahl langsam und gleichmäßig auf eine Temperatur ca. 150 Grad Celsius oberhalb der AC3 oder GS-Linie, also ca. 950 bis 1000 Grad Celsius erwärmt und vollständig austenitisiert. Das Werkstück wird mehrere Stunden lang auf der Glühtemperatur gehalten und dann bis zur Austenitumwandlung bei 723 Grad Celsius langsam und darunter zügig abgekühlt. Ziel des Grobkornglühen ist die Einstellung eines möglichst grobkörnigen Gefüges, das günstige Bearbeitungseigenschaften für die spanende Bearbeitung liefert. Dabei wird die verringerte Festigkeit und vergrößerte Sprödigkeit eines grobkörnigen Gefüges für eine kurze und bröcklige Spanbildung ausgenutzt. Weil Werkstoffe mit grobkörnigem Gefüge keine ausreichend guten mechanischen Eigenschaften besitzen, werden sie in der Regel nach Abschluss der Bearbeitung normalisiert, um ein möglichst feinkörniges Gefüge mit hoher Festigkeit, guter Duktilität bzw. Zähigkeit und hoher Härte einzustellen. Untertitelung des ZDF, 2020 für eine kreisende ZDF, 2020 kann man die in der Regel